Halb sechs morgens in Deutschland. Hallo. Ja, tu. Warum bist du so früh wach? Olli ist auch wieder dabei. Olli hat schon eine Fanbase. Hilfe. Wir sind gerade wach, wie man sieht. Leise hat gerade getrunken, wie man auch sieht. Das ist gut, dass die Kamera nicht scharf stellt. Die einzige, die hier hell wach ist, ist Leise. Alle sind noch am Schlafen, größtens bei Oma und Opa. Aber Leise hat heute in ihrem Bettchen durchgeschlafen bis halb sechs. Guck mal, geh mal zu Papa, ja? Ich möchte auch mal meinen Kaffee trinken. Die kann hier voll schnell runterfallen und dann bist du schuld nachher. Klar, weil ich wollte meinen Kaffee trinken und du hast ihn nicht übernommen. Das ist logische Schlussfolgerung ist, dass du schuld bist. Das ist logische Schlussfolgerung? Ich bin noch müde, sehr müde sogar. Leise, du hast schon wieder da was im Mund. Das ist nicht richtig. Bäh. Bafui. Guck mal. Das kann man nicht essen. Wie süß ist. Das bist du. Leise. Das bist du, ne? Wir gucken uns jetzt One Planet an. Wir trinken dabei Kaffee und hören leiser beim Plattwanzug. Das sind schon krasse Aufnahmen, ey. Ich gehe übrigens nie wieder ins Wasser, wo ich das hier sehe. Guck mal, krass, die können sechs Meter tief tauchen. Hä, das wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Was? Das ist süß, klar. Guck mal, ist auch gemein, ne? Die kleinen armen Fische, die werden von allen gefressen. Von oben, von unten. Olli ist auch noch müde. Jetzt hast du Angst, weil die Kamera an ist, ne? Du hast auf meinen Kopf gezählt. Gar nicht. Alex, gib zu. Guck mal. Guck mal. Man darf nicht auf den Kopf, auf den Kopf und aufs Gesicht auch nicht. Auf die Augen. Auch nicht. Guck mal, wie du bist. Guck mal, der hätte schon wieder geschossen. Du hast gedacht, da wäre einer drin. Ja. Guck mal, wie du bist. Jetzt ist einer drin. Guck mal, wie du bist. Au. Ich bin fassungslos. Der hat geschossen. Guck mal. So sieht's aus, ne? Nach zehn Jahren Beziehung. Willst du mich umbringen? Wenn ich tot bin, bist du einsam und alleine. Guck mal. Hör auf, du kannst leiser treffen. Ah, okay. Dann nicht. Dann nicht, ne? Wir gehen jetzt frühstücken. Aber alles. Das ist mein Outfit. Ich bin heute mal ein bisschen schicker, weil ich ein Foto machen muss. Und eigentlich habe ich nur Sommersachen bestellt, aber jetzt ist es voll kalt draußen. Jetzt habe ich noch die Bluse gefunden. Also dein Job ist heute ein schönes Foto hinzukriegen. Leider brauchen wir nur eine Mütze und eine Decke und die Jacke. Okay. So, wir sind hier in Düsseldorf unterwegs und versuchen gerade was zu finden zum Frühstücken. Aber hier ist komplett alles abgesperrt wegen dem blöden Marathon. Wir haben schon zwölf Uhr. Es sieht schlecht aus. Du kommst nirgendwo durch und ich krieg schon schlechte Laune, weil ich Hunger habe. Und ich muss nur lachen. Scheiße. Und jetzt? Was machen wir denn dann, wenn wir hier nichts finden? Cool, Alter hat auch schon keinen Bock mehr. Ich habe gerade einen kleinen Fashion Haul für Instagram gedreht. Also für die Story ganz einfach. Das war ein allererstes Blazerkleid voll schön, oder? Mal hellblau, nicht schwarz oder weiß und von innen so hellblau Seide. Und dazu würde ich, hatte ich nämlich auch an, die Schuhe dazu anziehen, die Alex mir mal gekauft hat. Könnt ihr euch erinnern? Falls nein, ich gucke mal, ob ich euch das nochmal verlinke. Das ist wirklich schon alt, das Video war. Da hat er mir die gekauft, wo er mir so ein paar Outfits besorgt hat. Jetzt muss ich Essen machen und schnell dieses Chaos hier beseitigen. Das sind immer noch die Sachen, die leise alle zu klein geworden sind, die ich mal verkaufen wollte. Jetzt muss ich hier schnell aufräumen, wieder Ordnung machen. Genau. Und dann habe ich gleich noch was zu erzählen. Ach so, ganz kurz, Kamerastell scharf. Zara hat jetzt so schöne Haarspangen, die habe ich heute drin. Finde ich auch ziemlich schön. Die hier, die finde ich besonders schön. Und die, die ich heute auch drin habe. Zu einem weißen T-Shirt jetzt. Nicht zu dem Blazer, aber zu einem weißen T-Shirt und so. Ach ja, was ich auch gemacht habe. Heute ein Tutorial gedreht. Ein Schmink-Tutorial. Weekend Make-Up Edition. Auch auf Instagram TV, weil ich so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. Ich wollte eigentlich ein anderes Video hochladen. Aber eins kommt später und das andere kommt wahrscheinlich gar nicht. weil erzähle ich gleich. Bleib bei mir, bleib bei mir. Bleib bei, Mama. Du bist voll warm. Oh, 11 Meter, ne? 11 Meter, ne? So, Leisa, guck mir beim Essen machen zu. Das ist das, was ich meinte. Habe ich schon wieder weggeschmissen jetzt die Verpackung. Das ist echt lecker. Sieht aus wie Fleisch, ist aber keins. So, das sind die Salate. Luis mag das nicht. Das ist noch von so einem anderen Essen. Das habe ich einfach auf meinen draufgeschmissen. Der Alex mag eigentlich alles. Also außer Tomate und Gurke. Nur das hier. Und ein bisschen Avocado. Ein paar Salatkörnerchen. Und ich habe ganz viel Essen, ne? Hast du Hunger, Chef? Willst du auch was essen? So ist das frühe Ei. Und Leisa kriegt drei. Du bist genauso kitzelig wie ich und Leisa. Die Jungs gucken Fußball. Und die Frauen sind in der Küche. Ja, genau. Jetzt kannst du selber kochen. Ich hör auf jetzt zu kochen. Achso, und Kräuter. Butter, Baguette. Gibt's auch. So, wir zwei sind heute alleine. Sitzen hier im Wohnzimmer. Ich gucke mir The Bold Type an. Voll gut die Serie. Ich habe schon komplett durch. Jetzt sind gerade drei neue Folgen raus. Ist jetzt schon wieder die dritte. Voll schade, dass es davon nur so wenig gibt. Ja, Leisa zahnt. Sie ist sehr anhänglich. Schläft auch sehr schlecht. Und ist sehr zickig. Aber was soll man machen, ne? Ich habe ja Verständnis. Das tut bestimmt weh. Ist auch ganz schön dick und so. Ich habe da auch schon was drauf geschmiert auf die Zähne vorne, damit es nicht so weh tut. Na ja, aber ich wollte euch noch ein Update geben zu meiner Müdigkeit. Für die, die es jetzt verpasst haben sollten. Ich verlinke euch das einfach mal in der Ecke. In der Ecke, genau. Ich hatte ja vor ein paar Tagen zwei Videos hochgeladen. Einmal, dass es mir so schlecht geht und ich zum Arzt gefahren bin. Und die Blutergebnisse ergeben haben, dass ich starken Eisenmangel habe. Daraufhin habe ich erstmal mir diesen Eisensaft zugelegt. Und ich habe wirklich eine Verbesserung festgestellt. Auch schon relativ schnell. Allerdings habe ich gemerkt, dass es nicht reicht. Und habe mir dann nochmal die Tabletten geholt aus der Apotheke. Die sind allerdings nicht so gut verdaulich. Also da gibt es oft Magenprobleme und man hat Verstopfungen und so. Aber die habe ich dann genommen. Und dann habe ich wirklich eine Verbesserung festgestellt. Also ich habe wirklich wieder Power. Und ich fühle mich gerade wirklich wie so ein anderer Mensch. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte auch ein paar Videos gedreht zu der Zeit, als ich so müde war. Und wollte das auch hochladen. Ich habe das auch fertig geschnitten. Aber irgendwie kam ich mir so fremd vor. Das ist wirklich ganz komisch. Ich habe wirklich wieder das Gefühl, dass ich so zu mir gefunden habe. Mein Kopf funktioniert wieder. Ich bin nicht mehr so... Ich war irgendwie so gefangen in meinem Körper. Ich konnte einfach nicht das leisten, was ich machen wollte. Das war ganz komisch. Und ich fühle mich wirklich extrem gut jetzt. Und tatsächlich scheint es nur an dem Eisenmangel gelegen zu haben. Nehme auch gleichzeitig noch Vitamin D jetzt. Und ähm... Schütti, guck mal hier. Nimm das hier. Das? Mh... lecker. Reiswaffel. Das schmeckt. Das kannst du gerne essen. Kann ich mir schnell erzählen. Genau. Ich habe mir noch so einen Kollagen-Drink gekauft vom DM. Das schmeckt total lecker. Da ist noch Zink und solche Sachen drin. Also ich achte darauf, wirklich jetzt auch so diese ganzen Vitamine zu mir zu nehmen. Äh... Viel zu trinken. Das auch besser geworden, muss ich sagen. Und alles in allem geht es mir wirklich wieder besser. Ich bin zwar müde zwischendurch noch, aber das ist ein anderes Müde. Das ist nicht das Müde, was ich vorher hatte. Ich bin nicht mehr so total weg irgendwie müde, sondern ich bin einfach müde, weil ich einen Schlafmangel hatte. Weil Leisa vielleicht mal nachts nicht richtig gut geschlafen hat oder so. Also da merke ich schon einen Unterschied. Ich bewege mich jetzt auch mehr. Ich mache jetzt mehr Sport. Ich hatte auch auf Instagram geteilt. Bitter, das meine ich. Die ist auf meinem Schoß. Die hat keinen Hunger. Die ist auch... Ja, müde kann sein, aber schläft halt auch sehr unregelmäßig. Aber ist halt dauernd am Mecker. Genau, ich bewege mich jetzt auch mehr. Das ist ja so... Der Teufelskreis hatte ich auch gepostet, dass wenn man müde ist, gar keine Lust oder Elan hat sich zu bewegen. Aber dass gerade Sport dafür da ist, um sich auch wieder fitter zu fühlen und wieder mehr Elan zu bekommen. Also das ist so voll der Teufelskreis. Naja, ich habe heute Fotos gemacht. Ich habe Instagram TV gedreht. Also ich habe wieder viel Power. Alles kann ich das machen, was ich möchte. Und ja, mein Kopf funktioniert einfach wieder. Habe ich auch schon gesagt, ne? Ja gut. Ich kümmere mich jetzt um die kleine arme Maus hier, die zahnt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder im nächsten Video mit ganz viel Power und Energie hoffentlich. Wenn du auch schläfst, ne? Ja, musst du schön durchschlafen, du süße Maus. Okay. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.